Der Mann, der in Deutschland den Islam annehmen will, der möchte sich erstmal über die Religion informieren. Und wenn du ihm den Koran gibst, dann sagt er, ah, die haben nichts zu verstecken, kann ich einfach selber mal nachlesen. Und wir sehen, dass es viele Menschen gibt, die durch das Lesen des Korans den Islam angenommen haben. Und große Gelehrte wie beispielsweise Ibn Bez, Rahimallah, haben die Erlaubnis damals gegeben, dass man im ersten Golfkrieg Korane verteilt unter den amerikanischen Soldaten. Und das erzählt der Bilal Phillips, Dr. Bilal Phillips, und da haben insgesamt 5000 amerikanische Soldaten in Saudi-Arabien den Islam angenommen, durch das Lesen des Korans. Bilal Phillips erzählt diese Geschichte und sagt, wir haben denen den Koran gegeben, kamen eine Woche später, auf einmal wollten sie den Islam annehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017